Musik Die MiG 50 ist die neue 50 PS Klasse von Kärcher. Musik Die drei wichtigsten Punkte bei der Entwicklung. Robustheit, Komfort und Sicherheit. Die MiG 50 lässt sich mit einem PKW-Führerschein fahren, das hier ein zulässiges Gesamtgewicht von 3,2 Tonnen hat. Musik Musik Die niedrige Einstiegshöhe ist gelenkschonend für den Fahrer. Musik Die Klimaanlage sorgt für angenehme Temperaturen. Musik Durch die schallisolierte Kabine kann der Fahrer sich wesentlich besser auf seine Arbeit konzentrieren. Musik Das durchdachte Bedienkonzept der MiG 50 sorgt für eine präzise Steuerung der Anbaugeräte. Musik Die vollverglaste Kabine ermöglicht beste Rundumsicht, dank umfangreicher Beleuchtung auch bei Dunkelheit. Musik Die hochwertige Verarbeitung der Maschine sowie eine ständig erweiterbare Auswahl an Anbaugeräten machen die MiG 50 zu einer rentablen Investition und dies für viele Jahre. Musik 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 Musik